Hallo zusammen, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Ich stehe hier im Whitewall Store. Thema ist heute Drucken von Bildern, also Papierauswahl, Bilderrahmen, verschiedene Materialien für den Druck und so weiter und so fort. Ich habe in Island Fotos gemacht, die ich drucken lassen wollte und dann habe ich Kontakt mit Whitewall aufgenommen und die haben uns eingeladen hier nach Düsseldorf. Man kann bei Whitewall online eine Beratung machen, das hat die Katharina, die da hinter mir sitzt, mit mir gemacht und sie hat mir halt Empfehlungen gemacht, die ich mir angeschaut habe und dann haben wir auch Bilder gedruckt. Die stehen da hinten schon, die schauen wir uns gleich an. Vorher wird uns Katharina aber nochmal erzählt, warum hat sie mir denn die verschiedenen Bilder empfohlen. Und außerdem werde ich im Laufe des Videos auch noch erklären, wie man Bilder vorbereitet für den Druck, also wie man dann ICC-Profil anwendet, damit die nachher auch richtig belichtet rauskommen. Aber erst mal schauen wir, was man hier überhaupt sehen kann in so einem Whitewall Store. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, ich bin Katharina, ich arbeite seit vier Jahren für Whiteball, bin gelernte Fotografin und Stefan und ich schauen uns jetzt einmal seine Bilder in groß an. So, jetzt haben wir hier die Drohnenaufnahme, das Drohnenpanorama. Da kannst du mir jetzt eine 100% Vorschau zeigen. Genau, richtig. Jetzt stellst du gleich schon die richtige Größe in Zentimeter ein, okay, dann skaliert er das hoch. Genau, und dann kann man bei Photoshop einstellen, dass man ein Prozent, beziehungsweise ein Zentimeter hier, genauso wie in echt hat. Ja. So, dass wir dann wirklich die Druckqualität auch einschätzen können. Ja. Gegebenenfalls nochmal Bildfehler oder ähnliches sehen können, was wir dann gemeinsam wegmachen können. Ja. Sehr gut, habe ich nicht geschlammt. Wäre ja nicht untypisch. Nee. Man sieht schön den Schärfeverlauf. Genau. Genau. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja, erstaunlich. Hier mit der Drohne. Klar, das Panorama sind zwei Bilder, aber trotzdem mit der Drohne so groß drucken. Man wundert sich. Ja. Also ich finde, man sieht hier sehr schön noch die Details. Ja, also klar, da kannst du ja jeden Kieselstein ersehen. Ja. Jedes Staubkorn. Ja, das sieht gut aus. Diese Aufnahme, du hast mir jetzt ja empfohlen, das zu drucken. Warum genau dieses Material? Also ich habe einmal Velvet von Fuji empfohlen und einmal den Ultra HD Print glänzend. Einfach damit man die Unterschiede hat und auch schauen kann, mag man die auch mal schmacken. Und glänzend und ich denke, Ultra HD ist zum Beispiel in dem Fall super, einfach um die ganzen Details nochmal mehr zum Vorschein zu bringen, nochmal hier in der Tiefe zu differenzieren, dass man wirklich alles von vorne bis hinten an den Details, die festgehalten wurden, auch schön rauskriegt. Ich kann mich aber nicht entscheiden, glänzend oder nicht glänzend. Kann ich verstehen. Ganz schwierig. Wie ist das so, dein Bauchgefühl, die Kunden tendenziell eher matt oder eher glänzend? Tatsächlich eher glänzend, einfach aufgrund der Farbbrillanz. Ja. Ja. Genau. Und dann hattest du mir ja noch ein zweites Bild mitgebracht. Neuseeland, genau. Und was würdest du hier wünschen? Also ich hatte dir ja auch wieder zwei Papiere vorgeschlagen, aber was wäre so dein Wunsch? Wie möchtest du? Also das ist tatsächlich ein Bild, das bei mir zu Hause in der Küche privat schon hängt, in Hahnemühle mattes Papier, ich weiß nicht mehr genau, Fotobrecke oder so. Und sieht sehr gut aus, aber das ist halt auch ein Bild, was Brillanz hätte, was ich auf dem Bild natürlich dann nicht habe. Also wäre so ein typischer Fall, ich kann mich nicht entscheiden, glänzend oder nicht glänzend kinder. Oftmals ist es tatsächlich so, bei Sonnenuntergangsbildern, vor allen Dingen auch mit einem Leuchtturm, kann es schnell kitschig wirken in glänzend. Aber es ist natürlich auch wieder eine Frage des Geschmacks, aber ich denke aufgrund der Farbwiedergabe auch hier, die Farbtöne, die eignen sich wirklich echt gut für Hahnemühle Fotoreg. Ja, das ist jetzt eine einfache Aufnahme halt, also kein Panorama oder irgendwas. Da will ich nachher auf dem Parkplatz stehen, meine Camper mit Frau und Kind drin, das will ich nachher noch sehen können vom Detail her. Das wäre jetzt ja genau was, was du mir zeigen kannst, eine 100%-Ansicht. Wo stand er? Der Parkplatz ist da, genau da. Das ist unser Camper. Ach, super. Ich sehe, okay. Sehr gut, check. Daumen nach groß. Ja, auf jeden Fall. Und hier ist sogar noch ein Baustellen-Schild. Ja, wenn man fast noch lesen kann. Ja, verrückt. Und du könntest theoretisch noch, habe ich hier gesehen, die Infos zum Leuchtturm einholen. Und die Verbotsschilder. Ja, die Lichter. Ja. Okay, ja. Ne, super. Also Qualität, super. Ich habe keine Bildfehler oder Ähnliches mehr gesehen. Mhm. Okay, sehr gut, ja. Hier liegen jetzt die ersten beiden Drucke der Vulkan einmal in Matt und glänzend. Das Matte ist Velvet und das glänzende ist Ultra HD. Wenn du dir zu Hause erst mal ein Bild machen möchtest, man kann Mustersets bestellen oder online bestellen oder im Shop abholen. Die kosten etwas, es gibt aber 10 Euro Vorteil. So, jetzt reden wir mal über die Bilder, Katharina. Das ist ein Velvet. Finde ich super schön, weil das ist natürlich, es ist Erde, es ist Sand, es war matt. Es war ja nicht glänzend. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, als wir die Beratung am Team. Aber natürlich haben wir hier natürlich krasse Strukturen. Ja. Also nicht, wenn ich so nah dran bin, finde ich nicht so gut. Aber wenn ich natürlich einen Meter weggehe, ist ja ein großer Druck. Faszinierend finde ich noch, ich habe hier Schärfentiefe drin und hier ist leider unscharf. Ich habe die falsche Blende eingestellt. Und hier stört das überhaupt gar nicht auf dem Machen und hier stört mich das voll. Einfach weil es unscharf ist und super viel Struktur hat. Genau, da ist dann auch immer die Frage, möchtest du es realistisch haben, wie es in echt war? Oder möchtest du wirklich so die kleinen Details herausarbeiten? Was natürlich bei einer falsch gewählten Blende dann auch sehr ins Auge fällt, dass dann da die Tiefenschärfe verloren geht, beziehungsweise nachgeschärft wird. Ja. Genau. Aber sieht beides gut aus nachher. Also ich muss gestehen, ich hätte gedacht, Ultra HD ist mein Favorit, aber jetzt wohl sehr, wenn ich verwill werde. Ganz klar. Was würdest du mir jetzt empfehlen, wie hänge ich das auf? Das hänge ich ja nicht so an die Küchentüfe. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist dann wirklich perfekt, um es einzufragen hinterher. Und dann kannst du natürlich auch zwischen mattem oder glänzendem Glas wählen. Aber wenn du glänzendes Glas wählst, machst du natürlich wieder die man beobachtet. Ja. Ich höre von meinen Followern immer öfter, dass die sagen, sie haben Bilderrahmen und eben kein Glas drin. Das Glas haben wir weggelassen, weil du dann die Reflektionen da nicht hast. Und spart sie das teure Museumsglas im Grunde. Aber es sieht natürlich dann auch so aus, wie ich es hier sehe. Genau. Ist das was, was du auch empfehlen würdest? Oder sagst du, da muss immer Glas vor sein, wenn es in Bilderrahmen ist? Wenn du mit einem Passepartout arbeiten möchtest, ganz klar. Du musst natürlich Glas davor, aber du kannst es natürlich auch nur kaschieren auf Aludibond. Aha, dann würdest du das auf Aludibond machen, natürlich. Können wir sowas mal sehen? Ihr habt ja hier Muster. Aludibond habt ihr ja sicherlich ein Muster hier. Genau. Haben wir. Also hier ist es jetzt Kodak mit einer Mattenlaminierung auf Aludibond kaschiert. Aludibond aber trotzdem mit einem Rahmen. Genau. Auch ohne Glas. Genau. Dann haben wir hier noch einen Direktdruck auf Aludibond. Ja, also genau. Das könnte ich mir super vorstellen mit dem Vulkan, ganz ehrlich. Oder? Ja. Da hast du so ein gutes Mittelding, vor allem auch zwischen Matten und Glänzen. Genau. Und dann kann ich so in die Wand hängen. Es glänzt halt eben nicht, wie wir gerade gesagt haben. Es sieht trotzdem edel aus. Das sind jetzt so Abstandhalter. Habt ihr die jetzt hier oder ist das immer so, dass sie so... Die sind standardmäßig verarbeitet. Du kannst auch ohne Aufhängung bestellen. Und je größer es wird, also ab einer Kantenlänge von 55 cm, sind die auch umlaufend. Genau. Weil da habe ich ein bisschen Abstand, was ja auch noch mal edel aussieht, wenn es von der Wand hängt. Vor allem dadurch, dass oben und unten eine Aufhängung ist, hast du halt einen gleichmäßigen Abstand zur Wand und es kippt nicht nach vorne oder hinten. Ah, natürlich. Es gibt noch mal mehr Sicherheit. Ich weiß nicht, worum es gehört. Das ist, glaube ich, Ansichtssache. Okay. So, jetzt haben wir hier die beiden Leuchtturmbilde auch wieder glänzend. Das ist jetzt welches Material? Wir haben hier einmal den echten Fotoabzug von Fuji Englands und einmal Hanemühle Fotoreg. Fotoreg sieht immer mal gut aus. Du kannst draufmachen, was du willst, oder? Ja, finde ich auch. Also es ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Papier. Also du hast so eine schöne Wirkung. Es ist wirklich so ganz, ganz sanft. Alles geht so fließend ineinander über. Während man hier wirklich irgendwie... Der Fokus liegt mehr auf dem Geländer, finde ich, als auf dem Himmel und dem Leuchtturm. Ja, das stimmt. Während das da sich so schön einfühlt. Genau. Es ist harmonisch. Es ist harmonisch, das stimmt, ja. Also es ist kitschig schön, positiv kitschig, aber es wäre mir jetzt für die Küche, würde ich es mir nicht hängen. Sondern so ein Angeberfoto, während das irgendwie dezenter einfach ist. Ganz klar. Ich glaube, es würde sich auch ganz gut einfügen. So allgemein in alle Wohnräume. Ja. Doch, also total. Ja, für mein Magazin ist tatsächlich Hochglanz, weil es einfach... Fotos sehen besser aus im Hochglanz. Ja, klar. Aber in dieser Größe... Ja, also Fotoreg ist die Weltübung. Definitiv. Und schön, man sieht alle Details. Ich sehe meinen Camper, wie gesagt, ich sehe hier jeden Grashalm. Da ist jede Struktur drin, ne? Auch im Holz, die Struktur sehe ich. Ja. Das ist auch immer nochmal ganz schön. Bei dem Inkjet-Druck hat man halt wirklich alles auf einer Ebene verteilt. Während beim Fotoabzug ja so gesehen unterschiedliche Lagen sind. Und dann wirkt es halt auch ein bisschen unschärfer im Gesamten als hier. Also das ist auch immer nochmal ein Vorteil von den Harnelmühle-Papieren. Dass man wirklich so ein knackiges Bild auch hat. Ja, also schön geworden. Hat den gut gedruckt. Auch nichts ausgebrannt. Das ist immer ganz schwierig. Hier die Lampen, da ist weiß, aber eben nicht weiß-weiß. Ja, und auch hier sehen wir noch schön die Differenzierung. Ja. Haben wir gut gemacht. Von der Helligkeit her, hat gut funktioniert. Ja. War damals auch mein erstes Bauchgefühl. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Doch, ja. Sehr gut. Jetzt haben wir hier nochmal das Island-Foto, das ich ursprünglich auch tatsächlich drucken lasse wollte. Katharina, sagst du nochmal ganz kurz, was ist das für Material, was wir hier haben? Das Papier, was wir gewählt haben, ist ein Metallic Print Ultra HD und dann haben wir es mit Acrylglas versiegelt und noch schön in eine Slimline-Rahmung eingefasst. Damit du ein edles Finish hast. Aber bei dem Bild haben wir ja schon gesagt, passt gar kein Rahmen. Aber einfach damit wirklich einen richtig schönen Abschluss. Also ich habe einen unsichtbaren Rahmen, den wir aber irgendwie doch sehen. Wir haben hier eins ohne Rahmen liegen und es sieht einfach nochmal einen Tick wertiger aus. Ja. Obwohl es unsichtbar ist. Super dezent, hebt sich auf einer weißen Wand immer noch so ein bisschen ab. Also ich weiß nicht, ob man es von der Einstellung sieht. Wir haben hier auch extra nochmal eine Variante, wo es ohne ist. Dass man direkt sieht, dass das Acrylglas auf dem Adoliba kaschiert ist. Und das ist natürlich, je nachdem wie man eingerichtet ist, kann das auch mal stören. Deswegen, wir haben die in vier Farben, sehr flexibel einsetzbar. Oder schwarz. Ja. Passt auch nicht hervorragend dazu. Vielleicht noch für die interessierten Fotografen unter euch. Das ist eine Drohnenaufnahme, eine Einzelaufnahme, kein Panorama oder sowas. Ich habe das nachher im Photoshop hochgerechnet von dem Pixel her. Aber wenn ich hier stehe, sieht man das. Also man sieht, dass hier keine richtigen Strukturen mehr sind, weil es halt die Drohne das nicht hergibt. Aber aus der Entfernung, wie die Kamera ist, also aus eurer Entfernung, sieht das mega gut. Also die Farben kommen halt drüber. Und das war live wirklich so. Das ist kein Photoshop. Das war live so. Das Gletscherwasser und dann halt das gelbe Mooszeug. Und dann natürlich noch die Straße, die da durchgeht und so weiter. Hier ist unser Auto. Also das war vor Ort schon so, dass wir gesagt haben, oh eh, das gibt Hammerfotos. Und man sieht es ja. Gute Wahl mit dem grenzenden Netz hier auch, weil das das rüberbringt. Schnee, Wasser und so. Ja, das Metalldeckpapier, finde ich, bringt auch nochmal hier wirklich diese Besonderheit des Wassers raus. Und das Gras knallt. Ja. Oder das ist Moos? Ja, das ist Moos. Moosgras. Absolut. Ja. Jetzt hast du gesagt, das ist Alu-Di-Boa eigentlich. Das ist unsere Verstärkung. Damit arbeiten wir immer in Verbindung mit Acrylglas. Weil Acrylglas ist ja relativ flexibel und würde sich dann durchbiegen. Und auch noch ein weiterer Vorteil, wenn man eine Aufhängung dann noch anbringen würde ohne Alu-Di-Bond, dann würde das durchscheinen. Das heißt, man hat dann gar nicht so diese Wirkung, sondern man würde damit die Hand dahinter halt auch die Hand sehen, wenn es angeleuchtet ist. Deswegen arbeiten wir immer mit Alu-Di-Bond einfach wirklich, um auch diese Stabilität zu geben. In Verbindung mit unserer Aluminium-Schiene ist es halt wirklich sehr plan. Ist denn auch einfach aufzuhängen, sehe ich gerade eine umlaufende Alu-Schiene. Also ich muss zwei Schrauben auf eine Höhe kriegen. Ja, je nachdem wie die Wand beschaffen hält, ist immer nicht nur mit Nägeln, gerne Dübel und passende Schrauben dann halt auch verwenden. Jetzt haben wir hier noch eine alte Bekannte, ein altes Foto, das schon öfter aufgetaucht ist in diversen Magazinen und bei mir auch im Studio schon mal hängt. Eine kleine allerdings. Das ist jetzt mit Holzrahmen. Sagst du noch mal, was ist das genau? Das ist die Artbox aus Holz. Hier haben wir jetzt Eiche-Schwarz gewählt, weil das zu dem roughen Charakter vom Boden und vom Bild passt. Genau, eine Kombination mit einem Ilford-Schwarz-Weiß-Papier. Und jetzt ist natürlich immer ganz wichtig, Passepartout, du hast mir geraten, ein breiteres Passepartout zu nehmen. Ich habe jetzt einen Schmalrahmen. Geschmackssache. Ja, also du hattest recht. Aber es ist ein weißes Rand tatsächlich und kein Passepartout. Achso. Weil Passepartout ist ja nochmal eine andere Art von Rahmen. Ja, genau. Deswegen da bitte nochmal differenzieren, weil dann gibt es auch unter den Rahmen eine andere Kategorie. Genau. Aber hier hätte es auch, finde ich, nicht mit einem Passepartout gepasst, weil es einfach viel älter dann aussieht. Und das Bild ist sehr, sehr modern. Und deswegen passt das reine Weiß auch besser. Also alte Scheune, moderne, ja. Ja, aber so die Frau. Ja. Ja, danke. Ja, okay. Aber ihr habt ja einen ganz, jetzt haben wir einen ganz, ganz schmalen Holzrahmen. Im Boden kann man den auch dicker machen. Finde ich immer ganz, ganz schwierig. Das ist, glaube ich, auch, wäre für mich ein Grund, in den Laden zu gehen. Ihr habt ja Muster. Hier habt verschiedene Bilderrahmen. Können wir die mal sehen? Ja, gerne. Also in jedem Store ist einmal so ein Rahmenregal. Sieht natürlich in jedem Rahmenladen ein bisschen anders aus. Aber hier sind zum Beispiel alle Varianten, die wir von der Artbox aus kurz haben. Das ist jetzt die Artbox, die wir da gerade haben? Genau, richtig. Das Bild liegt dann quasi hier drauf, damit es hier hinten einen schönen Abschluss mit dem Rahmen gibt. Ah, okay. Das ist das Stück, was ich sehe. Genau. Sehr schmale Holzrahmen. Okay. Es ist immer ganz schwierig, finde ich, sich online ein Bild zu machen. Wobei unser Konfigurator schon echt 1A ist und auch die Software, die wir entwickelt haben, dass man das Bild direkt an die Wand werfen kann. Aber es ist immer nochmal was anderes, wenn man wirklich in den Store kommt und die Farben hier nochmal beurteilen kann. Genau, dann habt ihr Holz und Metall, wahrscheinlich auch Kunststoff. Genau. Die Rahmen lassen sich auch in sämtlichen Wunschformaten anfertigen, mit Ausnahme von denen hier. Die haben sieben feste Größen. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Die sind natürlich auch sehr speziell. Wichtig bei dem Grün ist auch zu beachten, ob man einen weißen Untergrund oder einen schwarzen Untergrund hat, weil auf weiß wirkt das hier gelb. Ah, ja, ich verstehe. Ja. Oben links haben wir doch so richtig, richtig mittelalterliche Farben. Richtig barocke, genau. Sind sich sowas gekauft? Also ich muss gestehen, es passt sehr, sehr selten zu einem Bild. Also wirklich, es muss zu allen Richtungen auch passen. Also die hier oben sind wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Deswegen, also der läufigste oder der gängigste Rahmen ist tatsächlich einmal Hamburg oder Basel. Hier ist wieder mit Schattenfuge. Hamburg ist ohne Schattenfuge. Und ja auch wieder in sämtlichen Tönen. Ja. Und ganz neu haben wir jetzt matt schwarz, matt weiß. Falls man diese Marmorierung nicht mag, dass man das einfach schön fliegen hat. Ja. Für jetzt auch mal eine erste Waage. Matt schwarz ist so irgendwie, kann ich mir in 30 Jahren noch angucken. Ja. Oder Aluminium. Wir haben tatsächlich auch eine Artbox aus Aluminium. Genau. Da ist dann die Besonderheit, dass wir eine Schattenfuge haben. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich für deine Druckentscheidungsfindung. Katharina, vielen lieben Dank für die Beratung. Gerne. Es gibt Whitewall-Stores nicht nur in Düsseldorf, sondern zum Beispiel auch in Hamburg, Berlin, München. Das sind so die großen. Das sind unsere eigenen. Wir haben aber natürlich noch Store-End-Stores in Frankfurt zum Beispiel oder in Köln. Einfach mal auf der Webseite vorbeischauen und nicht vergessen, es gibt auch eine Online-Beratung. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Fotos aufbereiten für den Druck. Das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Ich habe mit Whitewall gesprochen und sie sagen, sie haben beim Upload so ein Automatisierungsmechanismus. Da kann man Häkchen machen oder halt wegmachen. Für die meisten User ist dieses Häkchen wahrscheinlich sinnvoll. Wenn du sagst, du bist fortgeschrittener User und möchtest es selbst kontrollieren, dann musst du das Häkchen wegmachen. Dann musst du es aber halt auch selbst machen. Und die größte Schwierigkeit ist, die Helligkeit hinzukriegen. Und das größte Problem dabei ist, dass die meisten User ihren Bildschirm nicht kalibrieren. Und damit meine ich weniger die Farben, das ist noch so eine Sache, sondern vor allem die Helligkeit. Das ist ganz, ganz typisch, dass man gerade beim Laptop oder wenn man das auf dem Handy oder sowas macht, Helligkeit voll hochgedreht. Und dann optimiert man das Bild für diese Helligkeit. Aber weil der Monitor eigentlich zu hell ist, ist das Bild nachher im Druck zu dunkel. Wenn du also schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass deine Drucke zu dunkel rauskommt, dann liegt das wahrscheinlich da, dass dein Monitor eigentlich zu hell ist. Sinnvoll ist natürlich, hier steht ein großer ISO-Monitor, dass man halt einen guten Monitor hat, dass der kalibriert ist, dass der auch von der Helligkeit her abgestimmt ist und so weiter. Naja, aber das hat natürlich nicht jeder. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Wenn ich meine Bücher-Magazine drucke, dann ist es tatsächlich so, dass ich den kalibrierten Monitor nehme, über alles nochmal rübergebe, machen auch einen Probedruck. Das kostet mich rund 1000 Euro bei jedem Magazin, jedem Buch, weil ich einfach noch ein paar Seiten nochmal gedruckt haben will von der Druckerei. Die schicken mir das zu und ich gucke nochmal rüber. Oder so saufen die Schatten ab oder ist irgendwas ausgebrannt etc., dass es nachher alles so ein bisschen in der Helligkeit abgestimmt ist. Das ist wirklich schwierig. So, es gibt aber Hilfsmittel. Das erste Hilfsmittel habe ich gesagt, schau dir die Helligkeit vom Monitor an. Wenn du mit dem Laptop arbeitest, ich kann hier halt die Helligkeit einstellen und das ist ganz klar, das Bild wirkt natürlich viel heller, wenn ich den Bildschirm heller mache. Was mache ich? Ich mache einen mittleren Wert. Ich sage mal so bei zwei Drittel ungefähr von der Helligkeit. Das ist so meine Referenz für die Apple-Geschichten. Aber das musst du für deinen Laptop, für deinen Monitor ein bisschen selbst herausfinden. Aber da ein bisschen drauf achten. Natürlich hängt es auch von der Umgebung ab. Ich habe jetzt hier die helle Videolampe an. Das mache ich natürlich normalerweise nicht. Wenn ich hier wirklich ernsthaft Bilder bearbeite, dann ist hier normale Beleuchtung. Aber nicht hell, nicht grell, keine Reflektion. Ich sitze hier nicht direkt am Fenster und so. Sondern habe hier indirektes Licht an der Decke und neutrales Licht auch und so weiter produziert. Na gut. Es gibt aber noch ein Hilfsmittel und zwar ICC-Profile. Die kann man sich bei Whitewall tatsächlich runterladen. Wenn du dich entschieden hast, du möchtest auf Hahnemühle arbeiten, dann kannst du das entsprechende Hahnemühle-Fotoreg-ICC-Profil runterladen. Das kannst du sowohl im Photoshop als auch im Lightroom. Und ich zeige es hier im Lightroom. Kannst du das einbinden, um deine Vorschau zu haben. Das mache ich jetzt. Jetzt habe ich hier den Leuchtturm. Das ist mein Bild, wie es halt bearbeitet ist, für den Monitor optimiert. Und wenn ich das optimieren möchte für den Druck, dann kann ich im Lightroom im Development-Modul diese Option Soft-Proof aktivieren. Man hat sofort gesehen, ich zeige es nochmal. Man sieht sofort, es sieht anders aus ein bisschen. Und dann kann ich hier vielleicht erstmal das Rote, was das hier ist. Ich habe hier im Lightroom zwei Regler, links und rechts, sich an- und ausmachen kann. Wenn ich den aktiviere, dann sehe ich so ein bisschen die Sachen, wo Lightroom sagt, oh vorsichtig, da ist eventuell etwas abgesoffen, beziehungsweise zu hell. Nochmal so als Warnung. Ich habe hier bei dem Leuchtturm jetzt speziell die Lampe. Die ist natürlich irgendwo ein Stück ausgebrannt. Und auch der Himmel, der hier super hell ist. Und das ist ein bisschen die Frage, wie wichtig ist mir das? Wie sehr will ich darauf achten, dass das eben nach einem Foto auch noch, also im Druck auch noch ein bisschen Farbnuancen hat. So. Ich kann hier bei Profil auswählen. Da habe ich jetzt schon ausgewählt. Inkjet-Hahnemühle-Fotorec-ICC. Ich könnte hier aber halt, hier habe ich die anderen Whitewall, Fuji Pearl, Ultra HD, Fuji etc. Whitewall hat das nicht für alle Papiere und alle Ausgabemedien. Aber für die meisten haben sie das. Oder sagen, welches du nehmen sollst, wenn das von Hause aus dabei ist. Das ist alles dokumentiert drüben bei Whitewall. Jeweils muss ich hier das Richtige auswählen. Also ich habe jetzt Hahnemühle ausgewählt. Und jetzt kann ich mir das Bild nochmal angucken. Ich wechsle mal auf Maxi Glott, hier Ultra HD Glossy. Und man sieht sofort, das ist ein großer Unterschied. Hier würde ich jetzt denken, wenn das eben korrekt war, ist das zu dunkel. Oder das eben zu hell. Also hier würde ich jetzt sagen, ich muss es ein bisschen heller machen. Damit das dafür optimiert ist. Ich mache eine Kopie. Nichts zerstören hier. Mein sorgfältig getunetes Bild. Dann würde ich das hier jetzt ein bisschen heller machen wollen. Und das heißt, ich kann hier, man sieht das auch im Dateienamen. Da habe ich mir tatsächlich schon eine Kopie gemacht, die halt optimiert ist für den Druck. Weil für den Bildschirm, für Instagram will ich diese Optimierung nicht haben. Weil es ist halt immer diese Schwierigkeit, dass mein Monitor, auch mein Handy, die glänzen und Papier glänzt normalerweise nicht. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig sind zu kriegen. Deswegen muss man es meistens ein bisschen heller machen für den Druck, weil es dann im Dunkeldruck wieder so ein bisschen deaktiviert wird. Und vorsichtig, was ich hier sage gilt, ich wiederhole das, gilt nur dafür, wenn du das Häkchen weg machst beim Upload für die Optimierung. Weil die machen genau das. Die wissen, eure Bilder sind meistens zu dunkel. Und die gucken sich quasi in der Software, weiß ich nicht, vermutlich gucken sie sich das Histogramm an und merken, aha, da ist rechts, das geht nicht bis zum rechten Rand. Schieben wir das mal ein bisschen rüber. Und das wäre mein letzter Punkt. Wenn du im Development-Modul bist, schau dir immer das Histogramm so ein bisschen an. Weil, es ist ganz klar, wenn ich jetzt mal zurück mache, das Bild ist auf dem Bildschirm zu dunkel, aber es ist sehr kontrastreich. Ich habe auch volle Informationen hier im Himmel drin, das ist ja eigentlich gut, das will ich ja meistens. Aber wenn ich mir das Histogramm angucke, sehe ich, oh, da ist aber wenig an der rechten Seite. Das heißt, am Histogramm, wenn ich erfahren bin, kann ich auch am Histogramm so ein bisschen sehen, oh ja, puh, ich zeige es mal deutlicher. Ich nehme mal hier die Kraftsportlerin. Das ist jetzt ein super schwieriges Bild, weil das meiste vom Bild ist schwarz und zwar wirklich schwarz und nicht nur dunkel, sondern schwarz. Das heißt, das Histogramm muss links, wir haben eigene Videos zum Thema Histogramm, links muss es einen Peak haben. Der sagt halt nicht, wo ist was schwarz, sondern er sagt nur, es ist viel schwarz drinnen. Es soll aber bis ganz rechts rüber gehen, weil was sonst passiert, wenn ich jetzt hier mal runtergehe? Jetzt fragt er mich genau, will ich eine Proofkopie erstellen? Ja. Dann wäre das halt eine Kopie, wie ich gerade sagte, die nur für den Druck optimiert ist. Und jetzt sehe ich natürlich optisch schon, dass es nicht bis rechts geht und ich sehe jetzt auch ein Histogramm. Also das würde ich sofort sehen und sagen, oh Moment, das ist zu dunkel. Das muss eigentlich immer den rechten Rand berühren. Es sei denn, es gibt einen wirklich guten Grund, der dagegen spricht, weil irgendwas sollte hell sein. Und ich muss das aber auch nicht übertreiben. Jetzt sieht man es, jetzt brennt halt die Haut natürlich ab. Vielleicht noch einen, das wäre der Vulkan. Auch da, ich mache eine Kopie. Da ist es noch ein bisschen schwieriger. Das Histogramm ist sehr breit, sehr monochron. Das ist ja fast ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich habe sehr viele Grautöne, auch sehr viele Mittelwerte. Das Histogramm sieht entsprechend aus. Und auch da achte ich jetzt ganz sorgfältig darauf, dass es bis ganz rechts rüber geht. Ich habe jetzt hier das Glossy-Papier. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Photorec gehen würde, dann ändert sich auch das Histogramm so ein bisschen. Und ich kann das Histogramm halt für dieses Ausgabemedium optimieren und sagen, ja okay, dafür müsste ich jetzt wahrscheinlich zum Beispiel mehr Kontrast machen oder so. Und vielleicht noch ein bisschen heller wieder machen. Also dieses ICC-Profil unbedingt verwenden, aber das setzt voraus, dass du einen guten Monitor hast. Wir haben mehrere Videos gemacht hier zum Thema Monitor. Ich habe Reviews gemacht zu verschiedenen Monitoren. Und ich habe immer mal wieder in verschiedenen Videos auch angesprochen, wie wichtig das ist, einen guten Monitor zu haben. Statt dir furchtbar viel Geld auszugeben für Kameras, die du alle zwei Jahre austauschst, mit denen du immer unzufrieden bist, kauf dir einmal einen richtig guten Monitor, weil der hält zehn Jahre und der macht deine Bilder wirklich besser, weil du dann vernünftig nachbearbeiten kannst. Weil schlechter Monitor, wie sollen da gute Nachbearbeitungen rauskommen, wenn dein Monitor nicht zuverlässig ist oder nicht vertrauenswürdig ist. Also, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, das ICC-Profil für die Optimierung für den Druck. Ist tatsächlich nur noch gut. Und ich habe die Pfeil der Taunen ausgeschaltet, aber es ist einfach gut gegeben. Und ich habe die Fremdorferung. Ja, dann Dionysitzel.